Liebe Leserinnen und Leser von Fitness Management International, mein Name ist Arne Morsch und ich bin Fachbereichsleiter Gesundheitswissenschaften an der DAFBG. Mein Fachartikel in der aktuellen Ausgabe beschäftigt sich mit der Frage, wie gesund sind eigentlich die Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Der Beitrag beleuchtet die aktuelle Datenlage diesbezüglich und soll Fitness- und Gesundheitseinrichtungen dazu motivieren, Kinder und Jugendliche viel stärker als bisher in den Fokus ihrer Bemühungen zu nehmen und entsprechende Angebotsstrukturen zu schaffen.